Diamanten bestehen aus reinem, kristallinen Kohlenstoff. Im Inneren der Erde verbanden sich die Kohlenstoffatome unter enormem Druck und hohen Temperaturen bis ca. 1500 Grad zu einem festen, dreidimensionalen Kristallgitter und zum härtesten Stoff in der Natur. Diamanten sind meist transparent. Doch manchmal entstehen seltene Varianten. Stickstoffatome färben die Diamanten z.B. gelb. Das chemische Element Bohr färbt die Edelsteine blau. Forscher vermuten in rund 150 bis 300 km Tiefe noch gigantische Vorkommen. Nur durch explosionsartige Vulkanausbrüche, die sie schnell an die Erdoberfläche mitreißen, werden sie für uns Menschen zugänglich, eingebettet meist in Kimbalit-Gestein. flögelprodukt nicht, das auch so viele Dinge dazu aussehen. Wenn sie auf dem Schüsse entdecken, dann wird sie auf dem Schatten, Dich Sie in den Schüsse entdecken, die Sie in der Schneid ist eine gewisse, Vielen Dank.